Ich bin ein Tiger. 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 Ich bin ein Tiger-Balm auf Facebook dabei bist und die nun diesen Wettbewerb, den Honolulu-Marathon in Hawaii verlosen. Was bist du bereit für diesen zu tun? Alles. Ich bin bei uns, aber dort Hochsommer und bei 30 Grad Hitze macht mir normalerweise nichts aus. Natürlich muss der Körper vorbereitet sein. Und ich habe dann natürlich vor, in der heißesten Mittagssonne hier in Deutschland zu laufen.